Ich habe einen ausgezeichneten Eindruck. Die Swiss Skills ist voll am Laufen, es wird gearbeitet, der Wettkampf ist spürbar, das Wettkampfklima ist spürbar. Wir haben verschiedenste Disziplinen gesehen, vom Musik, 3D-Bau bis zur Drohne, alle herkömmlichen klassischen Berufe auf modernste Technologie, neue Berufe, die sich ankündigen, ist eine super Leistungsschau. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern natürlich, der Teilnehmer kommt vor dem Siegen und ich bedanke mich ganz besonders beim Organisationskomitee, bei den Organisatoren, bei den Sponsoren, nur mit vereinten Kräften ist eine solche Begegnung machbar. Und das ist ein Gewinn für die Schweiz, das gestärkt die Moral, die Überzeugung, dass die Berufsbildung noch lange nicht ausgedient hat. Und genau dieses Signal brauchen wir, um uns darin zu bestärken, dass es neben der akademischen Ausbildung eine berufsbezogene gibt und in der Kombination sind wir Weltmeister.